Liebe Fans, wir grüßen ganz herzlich von der Weihnachtsfeier des KFC Uerdingen. Wir wollten uns für eure Unterstützung bedanken. Es war eine super tolle Hinrunde. Ihr wart immer für uns da und wie gesagt, als Mannschaft möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir wünschen euch natürlich ein frohes Fest zu Hause mit euren Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen natürlich auf eure Unterstützung im neuen Jahr. Wir wollen alle zusammen den Aufstieg im Mai feiern. Von daher alles Gute und bis zum neuen Jahr.